Willkommen hier in Empfingen bei profischnapp.de. Ich habe Ihnen mal wieder einen Relax-Sessel von Willi Schillig und zwar das Modell 32600 Salsa. Ja, Salsa. Ich spüle schon an den Knöpfen rum. In Leder Z8295 Graphit Anilin. Eine Kleinsäge. Wir haben Restleder aufarbeiten lassen von diesem Spitzenmodell, das elektrisch funktioniert. Zack, kommt die Fußstütze raus. Wow, zack, geht es nach hinten. Wow, und ich habe hier jetzt noch die Möglichkeit, final zu arretieren für das Kopfteil. Wow, wow. Genau, der Sessel ist etwas breiter, gut für Personen, die etwas breiter und größer sind. Natürlich drehbares Gestell. Sie sehen es. Einfache Bedienung. Stromanschluss, sodass kein Akku kaputt gehen kann. Und ein unglaublich angenehmes Anilinleder mit einer Tonnenhaptik. Sie sitzen gern drin. Ein Preis, den ich für absolut okay finde. Andere sagen, er ist top. 1190 Euro bei uns. Dieses Stück mit Elektrik, mit Strom, mit Marke. E-Schillig-Salsa, mit Drehbar, mit, mit, mit. Wenn Ihnen dieser Salsa gefällt, schnappen Sie zu. Uh, Dankeschön. Und Tschüss.